Hallo liebe Alpenmobilienfreunde, der Höhepunkt, Übergabe eines wunderbaren Holzschalets von unserem Bauträger Almdorf mit zufriedenen Kunden. Führe ich da ganz kurz durch. Sehr hochwertig ausgestattet das Ganze. Nicht so spannend, das ist das WC. Hier wird es dann gleich eine Runde spannender. Mit Sauna, mit Panoramaglas drinnen. Quasi mit direkten Ausblick hier Richtung Skibiste, Zugspitze gerade verschneit. Jetzt hier in den großzügigen Wohn- und Essbereich. Toll ausgestattet. Dunkle Küche, Siemens-Geräte und integrierter Abzugshaube. Was wir hier noch gemacht haben, das ist, wir haben hier eine Glasplatte verlegt, damit auch der Boden geschont bleibt dann die große Panoramafläche. Direkt im Skigebiet geht da kurz am Balkon raus. So, dann. Und jetzt noch in das Obergeschoss, fliegende Treppen. Vier Schlafzimmer, damit für acht Personen perfekt zugänglich sind. Hier mit Bad en Suite. Wieder der unfassbare Ausblick. und das Ganze einmal insgesamt mal vier. Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer nochmal mit Bad en Suite und dann noch einmal zusätzlich ein großes Badezimmer mit Dusche. Das war's. Herzliche Grüße, Ihr Pascal Weisang von Alpenimmobilien. Alpenimmobilien. Gib Herzenswünschen ein Zuhause.